Für mehr Lebensqualität, Villa Gaza, euer Vermachter von Wohnregentum, mein Name ist Markus Gerber. 365 Tage ein wunderschönes Panorama, welches ihr jeden Tag, wenn ihr von der Arbeit heimkommt, geniessen könnt und wieder den Energie tanken könnt. Die Grösse ist ganz speziell in dieser Wohnung. Die grosse Küche mit dem Cheminé zum Wohnzimmer, das ein schönes Panorama hat und das Bad mit einer begehbaren Dusche und Galerie, die zu 100% genutzt werden kann. Ihr habt Fragen oder wünscht eine Besichtigung? Dann ruft ihr jetzt an. Mein Name ist Markus Gerber. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.